youtube b b b ok b b b youtube aufnahme jetzt wie macht man das nicht warte hier einfach ich bleibe hier mal bei spielen jetzt habe ich auf spielen geklickt ich fange dann mal kurz ein multiplayer spiel an die massen das ja dazu kann es ja daheim nehmen wie in der aufgabe sehen unter spielen gibt es ein paar neue spiele und da kann man unter spielen gibt es mehr spieler kann man neues spiel hosten und neue spiel erstellen also ich würde sagen wir machen mit ganz einfachen standardeinstellungen würde ich jetzt auch mal sagen alle standard als kein sieht keine limitierung einfach ganz normal beschreibung erstens fabi schuld auch das vielleicht auch vor eingestellt es wird doch bestimmt fabi noch dazu kommen kann ich mir vorstellen wenn sobald fabi dazu dazu ist dann verstehe ich auch die wertnehmer also warum der baut minimal größenwahnsinnig minimal ja kann man so sagen ja das sage ich jetzt ab sofort auf so beschreiben youtube b b b b b b ok b b b youtube aufnahme ja dann ich glaube die ganzen anderen einstellung passen so bei mir sieht man gerade nichts außer das spiel ich bin gerade im transport viel zu spiel einladen geht nicht super okay dann gehst du jetzt unter spiel multiplayer dann kannst du einem spiel beitreten spiel kampagnen mehr spiele nur mehr spieler hier beitreten gibt es nicht verbindet zum server oder soja okay ip-adresse oder port der will jetzt die ip ne ip-adresse und port okay moment ich spiele ich speichere spiel ganz kurz oder im lan spielen öffentlich ist also du hast spielen mehr spiele ja dann habe ich neues spiel hosten gespeichertes spiel hosten szenario hosten öffentliche spiele durchsuchen öffentliche spiele durchsuchen ich mache das spiel nochmal kurz auf okay ja gespeichertes spiel so der name ist zu kappliert kartoffel also der name ist einfach kartoffel das passwort ist das gleiche wie in ts okay in welchem ts dann kannst du jetzt auf aktualisieren normalerweise nach kartoffel ok dann gucken wir jetzt mal nach kartoffel gibt es nicht ist wichtig kartoffel eins von drei aha spiel beitreten er will nicht mein passwort es konnte keine verbindung zum server hergestellt werden weil mods oder so aber ich musste nirgends ein passwort eingeben youtube aufnahme ja spiel beitreten jetzt will ein passwort ja jetzt macht er was unter tipps und tricks heizkessel hat drei flüssigkeitsverbindungen wasser kann umgehend durch die beiden wasserverbindungen herein heraus fließen dann fließt aus der dampf ausgangsverbindung aha tipps und tricks was was mache ich jetzt hier genau